Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Ollisee mit. Und warum ich jetzt nochmal Super Mario Ollisee aufnehme. Es ist was ganz schönes passiert. Schaut mal an. Der Hund hat sie dazu gelegt. Das ist doch so süß, oder? Das passiert, wenn man sich einfach nur hinlegt. Dann kommt der Hund her und legt sich dann... Oh, das bin ich auch gestanden. Naja, egal. Ihr habt es ja gesehen. Und dann bist du süßer, oder? Das ist doch richtig süßes Design. Das ist über Eno. Noch eine Runde fangen. Einer letzte Runde. Und dann gehen wir in die Stadt. Komm schon. Fangen, fangen, fangen. Okay, der hat dich. Dann landst du uns in die Stadt. Ich will ihn aber nicht verlassen. Schau, wie süß der ist. Wir kommen ihn wieder besuchen am Ende des Parts, oder? Darf ich aber, du musst es nicht vergessen. Ja, ich will mich für den Motor, oder? Was zum... Was zum... Was ist denn... Au! wow! hey! das ist auch so lol ist ja kein Mensch von mir geschwollen was ist denn? motorola! Wuhuuhuuuh Wuhuhuhu Wuhuhuhu Wuhuhu Wuhuhu Wuhuhuh Wuhuhu 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 Ich bin ja nicht mehr drin Ich dachte, ich kann mit Motorräder, aber kann ich ja gar nicht. Schade. Ist irgendwie lustig gewesen, wenn ich so bin. Bin ich da mit dem Auto da rüber gesprungen? Ja. Lol. Mal kurz. Was? Was? Ich will einen Treibsprung machen. Das wirst du aber. Ich kann nicht in die Häuser rein. Nur in die du auch. Hey, was machst du da? Mario. Mario! Gut, geh mal. Oh, ist das Motorräder? Der Motorräder ist weg. I'm so happy. I don't want to see you again. Ich bin nicht auf dem Pony. Ich bin nicht happy. Man muss immer diesen Spruch denken. Was? 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 Das ist doch egal. Wo sind wir denn hier eingeschätzt? Da war ich schon. Da war ich schon. Da war ich schon. Und am Ende des Videos. Und am Ende des Videos werden wir euch nochmal zeigen, wie man das hinkriegt mit dem Hund. Oder? Ja. Dass der auch einem so eingeht. Dass ich auch wirklich richtig liege. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Ich glaube, das war irgendwie bei Talish oder Akata oder Teos. Keine Ahnung, ja. Keine Ahnung. Das war aber knapp. Das war aber knapp. Oder? Wir hätten einfach nur noch auf diese Mülltonne drauf müssen. Fucking Mülltonne. Soll ich dir mal zeigen, was hier ist? Ja wo soll denn hier nochmal ein Mond sein? Ich verstehe es nicht. Hä? Da war gerade mein Panzer. Ich weiß. Ich kann ihn auch kapeln. Das ist für mich schon klar. Ja. Da musste man ja sogar anfang von New Don City Car ran. Nein! 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 Wir müssen wieder irgendwo friedlich sind. Gern? Ja. Also sie ist viel zu gefährlich. Für Mario und für Köpi. Deswegen müssen die wieder zu seinem werten Freund. Nein! Leider nicht den Hund. Zu wen denn eigentlich? Dann. Ha da! I can't stop diese Szene oh mein ich bin in der wir haben wir haben wir haben Warte, da konnte man mit einem reden. Möchtest du wieder am Festival teilnehmen? Man kann noch mal am Festival teilnehmen? Was? Tatsächlich! LOL! Da war ich genau im ersten Part auch. Und ich habe überhaupt einen Superstar. Aber es ist ein Part. Du kennst ja noch die Musik, oder? Du kennst ja noch die Musik, oder? 1, 2, 3, 2, 1 Das ist nicht Donkey Kong? Oh ja, stimmt, der kann mehr. Donkey Kong. Oh ja, stimmt. Oh ja, stimmt. Einmal. Einmal. Und jetzt gehen wir zu unserem alten Freund, dem Hund. Wo waren wir das schon? Ja, wie habt ihr gesagt, am Ende des Videos gehen wir nochmal zum Hund. Und dann zeigen wir auch noch, wie mal den Hund zum Schlafen bringen, den Mario. Habe ich doch gesagt? Ja. Und die, okay, dann zeige ich euch das mal. Und wir müssen, wir dürfen auch mal gar nichts drücken. Hund! Hund! Ich muss jetzt eigentlich Mario gleich hinlegen. Mario, was machst du da? Nein. Mario, du sollst nicht schlafen. Du sollst nicht hinlegen und schlafen. Mario. Ja, komm. Komm gleich. Mario. Jetzt schlägt er sich hin. Mario, schlägt dich hin. Mario. Mario. Mario, leg dich hin. Mario. Mario. Mario, leg dich hin. Schließt du im Setzen? Nee. Mario, leg dich hin. Also, jetzt gleich sollte sich eigentlich der Hund... Die Kamera ist auf dich gerichtet, Hund. Die Kamera ist auf dich gerichtet. Ja! Warum hat sich hin gelegt? Jetzt ist das was mit Mario. Oh, das ist jetzt ein Schatz.